warum liegt hier strom und warum habe ich eine maske auf leute ich sage euch ich habe jetzt langsam die schnauze voll das ist ungefähr das 20 take und so langsam habe ich so richtig einen sitzen aber ich würde mal sagen ich trinke jetzt einen auf euch zum wohl miteinander weil ich bin richtig stolz auf euch das was ihr letzte woche während der kore fanden challenge gemacht habe das war wirklich sensationell egal ob jetzt jemand ein richtiges vollprogramm abgeliefert hat mit motorrad ausfahrt über teilweise mehrere hundert kilometer mit zeltlager im wald und lagerfeuer oder ob das jemand leider nur vielleicht von der couch aus oder in der motorrad garage machen konnte das spielt gar keine rolle jeder hat das gemacht was für ihn möglich war jeder für sich aber alle zusammen und in diesem sinne möchte ich mich bedanken ganz besonders bei den leuten die dann die live stream übertragung auf amadeus tv erstmöglich gemacht haben allen voran zuerst mal der arafat er hat die zu mann administration geleitet und einmal musste auch einspringen weil der eine oder andere natürlich dann vielleicht ausgefallen ist mangel sind doch nicht aber egal er hat das gut gemacht wirklich souverän vielen dank arafat ich bedanke mich bei der sandra für die die moderation der italienisch sprachigen teilnehmer sandra es war einfach herrlich dir zuzuhören du hast diese simultan übersetzung wirklich souverän und professionell gemeistert und das war wirklich für uns deutschsprachige zuhörer ein besonderes erlebnis zu hören was unsere italienischen freunde zu erzählen hatten ich bedanke mich beim franz war aus paris er hatte in vier sprachen an der konferenz teilgenommen und dann die französisch sprachige konferenz geleitet was war ich trinke einen auf dich und auf deine souveräne leistung massi im anschluss kam der karsten bender er hatte dann für die ganzen englischsprachigen teilnehmer aus ganz europa die moderation werden teilnehmer aus griechenland spanien sizilien nordirland großbritannien aus norwegen schweden belgien wirklich komplett ganz europa hatten wir abgedeckt und ich muss sagen es war wirklich ein besonderes erlebnis zu hören was all diese leute aus ganz europa über ihre persönliche geschichte zu erzählen hatten nicht nur mit der korofanten challenge auch mit dem elefanten treffen es war wirklich sehr erfrischen und ja die vorbereitung auf das nächste richtige elefanten treffen thomas bank war damit schon wieder festgelegt und da geht es dann gleich weiter mit dem lorenz lorenz hatte wirklich eine herzerfrischende geschichte von sich wie er als helfer zum bvdm elefanten treffen gekommen ist und dann im laufe der jahre aufgestiegen ist und karriere gemacht hat kann man so sagen bis er jetzt die the voice of low den offiziellen titel führt lorenz vielen dank für deine erfrischende geschichte und dann gehen wir gleich nahtlos über nach nürburgring der gründer des alten elefanten treffens nürburgring war unser teilnehmer der henning wickhorst ich war wirklich sehr erfreut als es geheißen hat henning ist dabei und es war eine wirklich interessante erfahrung zu sehen was er über das alte elefanten treffen über seine persönliche biografie zu erzählen hatte vielen dank henning ich freue mich schon auf die weiteren geschichten von dir weil ich glaube die geschichte ist noch nicht abgeschlossen wir haben noch mehr miteinander dass wir zu teilen haben so anschließend gab es dann die internationale konferenz der arno böse professionell und souverän hat der die teilnehmer aus ganz europa auf der in der englischen sprache moderiert wir hatten die dragon rally aus großbritannien milwasch das legendäre treffen der französischen freunde aus dem massiv central und natürlich die agnellos aus italien unglaublich ich bedanke mich im sinne der sache bei dir für deine professionelle arbeit und es war wirklich wunderbar dir zuzuhören so der höhepunkt der veranstaltung dann natürlich das live konzert von zappa von seinem weyer elefanten treffen pur der kesseltuch von zola jedes jahr ich kann euch sagen leute es gibt nichts schöneres als zappa live am lagerfeuer zu erleben es war der krönende abschluss aber jetzt möchte ich mich absolut bedanken bei max ott mein fast nachbar aus röthenbach bei wolfig im allgäu erst durch ihn ging diese challenge und dieser höhepunkt der challenge mit dem livestream in erfüllung er hat das alles erst möglich gemacht max ich verspreche ich bedanke dir du gehst in die geschichte ein das hast du geleistet hat dass das kann man nicht mit worten beschreiben ich bedanke mich bei dir im namen von allen wirklich allen korofanten und elefanten weil du warst der held und du bist der held dieser ganzen geschichte hier zuletzt einen gruß an die heimatgemeinde des bvdm elefanten treffen seit über 30 jahren seit über 30 jahren einen gruß an den bürgermeister martin behringer in turmanns bang wir alle werden in form von pins aufkleber und patches unsere solidarität mit dieser gemeinde wo das bvdm elefanten treffen seit über 30 jahren stattfindet setzen und werden an unseren mützen motorräder und kutten ein zeichen setzen für diese verbundenheit in diesem sinne möchte ich nur noch eines sagen und zwar einmal elefant immer elefant ich bin der medeus der hana wohne da bin ich auf dem elefanten treffen in dem sinne zum wohl miteinander von gott miteinander sind ja Vielen Dank.